servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben ein neues update von blizzard bekommen zur content roadmap 2023 blizzard hat bekannt gegeben dass sechs content updates für world of warcraft dragonflight geplant sind im kommenden jahr das klingt ziemlich gut und wir wollen uns erst mal anschauen was blizzard so alles für uns in petto hat denn wie gesagt da gibt es eine roadmap für das ganze wurde wenn ich mich nicht irre mittwochabend spätabend präsentiert da ich selber raids hatte mittwoch donnerstag und auch unterwegs war dachte ich mir komm jetzt gewinne ich keinen schnelligkeitspreis mehr dann machen wir das eh lieber vernünftig für heute und gucken uns das ganze mal an der link ist wie immer in der video beschreibung und wir bekommen immer so ein mischmasch aus zwei kleinen patches plus einen großen patch heißt patch 10.0.5 der anfang vermutlich januar 2023 rauskommt dann 10.0.7 vermutlich im frühjahr dann ein patch 10.1 der dann irgendwann weil es nicht mitte des jahres kommt 10.1.5 sommer 10.1.7 herbst wie auch immer wir gucken uns das ganze mal an denn hier gibt es einen schönen plan diesbezüglich also für winter ist dieser 10.0.5 patch angedacht also es ist jetzt in der entwicklung und es wird ja auch schon auf dem ptr getestet geht dann aber wahrscheinlich januar raus wir kommen in handelsposten primalist tomorrow white and grey transmogs also das ist dieses ding dass ihr weiße und graue gegenstände zukünftig transmoggen könnt bei dem primalist tomorrow bin ich mir tatsächlich gerade nicht genau sicher was sie damit meinen aber das ist der erste patch der uns erwartet dann kommt ein kleiner patch 10.0.7 vermutlich im frühjahr weiß nicht märz april i don't know return to forbidden reach also wir kehren in das gebiet zurück wo rasageth ausgebrochen ist quasi das ist ganz ganz nett finde ich also ich finde es schön sagen wir es mal so ob das gut wird oder nicht werden wir am ende sehen aber ich finde es schön dass wir in den gebiet zurückkehren weil sonst ist es ja eigentlich eher so weiß nicht neues addon kommen vier neue gebiete die questest du den ersten großen patch durch und danach interessieren die eigentlich kein schwein mehr weil da nichts passiert dabei ist das eigentlich ziemlich schade und in dem fall wird forbidden reach dann wieder ein bisschen aufgemöbelt orcs und menschen bekommen ihre traditions rüstung und es gibt holiday updates da bin ich mal gespannt was sie da machen ob es änderungen an den welt ereignissen gibt ob neue sachen dazu kommen und so weiter und so fort lassen wir uns überraschen dann season 2 also sprich wenn die neue season mythisch plus und raid beginnt das ist dann patch 10.1 angeblich sollen alle patches in einem vernünftigen abstand zueinander erscheinen oder in einem regelmäßigen abstand sollte das ding dann im januar kommen bei sechs patches wird es ja sinn machen dann immer im abstand von zwei monaten sprich januar märz mai juli september november irgendwie so in dem dreh das wäre jetzt meine erste hypothese aber ob das stimmt i have no idea wir bekommen eine neue zone einen neuen raid eine neue pvp season und natürlich auch eine neue m plus season und raid season einen neuen mythisch plus dungeon pool updates zu den berufen und verbesserungen am interface also da ist einiges angedacht im sommer mit 10.1.5 kommt dann ein neuer mega dungeon das finde ich tatsächlich ganz cool dass sie das noch mal in einen kleineren patch packen würde mir aber auch davon abwünschen dass vielleicht auch so in so einem großen patch noch mal ein dungeon hinzu kommt ich mochte das immer gerne zum beispiel im wotlk dass da eigentlich mit jedem großen patch auch neue dungeons kamen es wird neue volt events geben und updates für das für den content und für das komplette wow system dann im herbst 10.1.7 neue story plus quests noch mal ein holiday refresh was auch immer damit dann kommt und auch hier wieder content and system updates und mit patch 10.2 bekommen wir dann wieder eine neue zone neuen raid neue season neuer mythisch plus dungeon pool und zusätzlicher content und features da sind sie sich aber noch nicht ganz sicher dazu schreiben sie dass diese roadmap auch auf basis von spielerfeedback kreiert wird und dass der content und das timing sich immer noch ändern kann also es ist jetzt nicht in stein gemeißelt alles aber ich würde sagen an und für sich sind das schon mal ganz gute pläne und ich weiß jetzt noch nicht wie gut dieser content letzten endes wird aber ich finde es zumindest ganz nett dass sie diesmal einen plan zu haben scheinen und mit diesem an uns herantreten warten wir es einfach mal ab damit danke fürs zusehen schreibt gerne mal in die kommentare was wären so sachen was würdet ihr euch noch wünschen vielleicht auch für so kleinere patches bin ich mal gespannt ob ihr dann noch so ideen habt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen